Ach guck mal, da hängen unsere Köpfe am Pfahl. Siehst du das hier links? Oder sind das unsere? Ne, sind das nicht unsere Armutpfarrer und... oder? Doch, das ist mein Kopf. Hinter euch ist niemand. Hihi, meiner. Eins, eins, eins. Dessen ist noch ein Beschwerer da. Öffenes Feld. Das ist cool. Aber toll. Nee, ich bin nicht da. Ich schocke meinen Bunker. Äh, fuck. Ich hab mir irgendwas ausgelöst. Gibt's denn was? Gasmaske? Nein, nicht so. Bleibt man nicht in dem Bunker stehen, oder? Nee, hier ist aber ein bisschen Munition. So. Äh. Und was passiert denn hier? Ich glaub keiner mehr. Bobby. Hier, Skelett rechts. Seilis. Rechts? Also ich bin jetzt bei dir. Viele Skelett rechts. Guck mal deinen Rücken. Nee, also hinter dir kommt keiner. Hinter dir ist alles gut. Okay. Blue steht eben im Bunker. Du willst ja gar nicht in Blue seinen Rücken aufdecken. Wenn du hier stehen bleibst, kann ich sehen, wenn jemand in den Bunker reingehlt. Ähm. Ähm. Also keine Sorge Blue, du lädst nur ein Stück. Oh. Seilis hat hier bloß Vorberflächen entschieden. Oh, das ist gut. Du drehst doch einfach. Nein. Äh, Blue, jetzt kommen sie zu dir rein. Niemals. Buss. Bam. 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 Ich muss dich auch treten, nicht immer vorbeitreten. Als kleiner Junge habe ich immer gesagt, Luftschläge sind ungesund. Wie weise ich doch früher schon war. Ach, das ist diese Alarm-Börne da oben drin. Achtung, von rechts. Das ist doch richtig. Was haben sie denn jetzt? Wir sind jetzt wieder ganz andere Welt. Das sind jetzt Ritter. Oh, Ritter-Skelette. WTF, nur drei Leute kommen gerade. Achtung, rechts, links. Lass mich doch! Zombies Boo! Ich glaube, es ist nicht so langsam aus dem Bunker rauskommen. Also zumindest nicht reingehen. Lauf, 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 lauf! Alter, ey, du willst mich verarschen. Auf der Hundertür sehe ich gerade noch eine helle Wand. Ich sehe nichts. Oh, pass auf! Oh, oh, oh! Drei Stück! Und die rennen alle über dir. ja sagt er kommt der nächste ich sehe aber nicht woher Oh, da kommt Reif! Scheiße, komm mir nie raus, komm mir nie raus! Gleich Stück, gleich Stück, gleich Stück, gleich weg! Nein! Ich komm nie raus! Nein! Alter! Warum ist denn da die Kante runter, Edo? Das gibt's doch nicht. Boah, ey, Alter. Das geht auch nicht. Was passiert hier? Oh, ich bin gerade gar nicht. Komm mir raus, komm mir raus, komm mir raus! Pfff! Ach, siehst du, es wird doch irgendwas mit einem Atom-Bomb. Ich weiß aber auch nicht, ob meine Punkte... Guck mal oben, ich hab so viele Leute gerade gekillt mit Granaten und so. Meine Punkte zählen irgendwie nicht. Ich wiss nicht, ob das liegt. Entweder mag das Spiel mich heute gar nicht, oder... Keine Ahnung. Ach, egal. So, ich mach nochmal hier noch einen kurzen... Ich wiss nicht. Schweiß es nicht, ob das liegt. Keine Ahnung. Also, ich wäre fertig? Ja. Wolle was trinken, könnte ich mal noch schnell. Niemals. Was wurde getrunken? Wurde geliquid? Gliquid wurde auch schon geliquidididid. Gliquidididid. Seine ist, hast du eigentlich den neuen Sniper-Teil? Biete 3 oder was? Ja. Ja. Ich glaube, wir müssen hier raus, oder? Habe ich mit Odin schon gezockt. Drohschnee. Aber das haben wir, glaube ich, nie bis zum Ende durchgezockt. Was? Haben wir auch, glaube ich, nie bis zum Ende durchgezockt. Was? Haben wir auch, glaube ich, nie bis zum Ende durchgezockt. Oh, nein, nicht einfach weg. Ja, ganz klar. Kreditiert glicge-lose auf. Was macht nichts mehr? Ja, ich muss doch auch fit m Silence Park. Ja, klar war's. die Beschwerung ganz weg ich würde hoch die Druckwelle war wo die Betriebsüge gerade die Schöne und Schöne oder das muss der eine Schädel der Gewinne zu sehen zu sieben wenn du aufregung ist für mich an hier über ein scheiß zu machen jetzt was auch für die dinge zu geht und drehen um ob du wiederkommt das noch die leckte rum wie nix mehr ich muss noch einmal weiterlaufen jetzt wieder ja das mag ich meine aufnahme nicht ich weiß es auch nicht vielleicht war das aber auch einmal nur der beschwörer weil er noch gelebt hat dass der da vielleicht noch so ein das würde ich schwöre ich schwöre ich schwöre und schwöre ok zu mir noch zu dritt da ist ein bunker da ist ein bunker jetzt können zwei im bunker gehen und einer draußen rumrennen ich gehe nicht in bunker nur schon mal so als ähm also heißt das ihr beide gehen ich bin das anders ihr macht das so gern mgs das ist mir einfach das ist mir einfach ich schwöre ich schwöre oh die kommt zu dir blut warte ich halte sie auf 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 ich komme ach du hast ja mal einen alarm wenn die reinkommen hast du denn die hat sehr geholfen ich schwöre doch ich mach dich kaputt jungen ich weiß genau wo dein haus war ja da wird das beschworen und ich frage mich gerade auf was der blieb spiel schießt aber die wägen sich auch schön langsam ich habe keine kann man da drauf schießen die spüren aber die machen okay dann war das mal johann kopf ja die machen die buchten super hau ab, hau ab, wir sind mehr als genug Alter, hör drauf das sitzt vor seinem Bonker ich komme er kommt an gerannt ja, er lebt noch ja, er lebt noch hör drauf, ja ich musste kicken ist für Blute sei das, du bist alleine das ist doch los hier jump ich höre was schreien ich lieb es wenn dein Plan funktioniert Alter, wie lange hängte das noch an. Du bist nicht wie Mr. T. Sohne nicht. Also machte wenigstens mal Spaß, wenn ich immer gleich durchrenne. Ich nehme mal die Lien. Bevor wir das aktivieren, werde ich mal noch ein paar Minen legen. Ja, aber nicht am Anfang. Die Skelette kriegen wir auch so weg. Ja, das ist richtig. Auf jeden Fall musst du bei den Skeletten, die mit der Rüstung, Kopfhöhe abschießen. Dann nehmen die auch kaputt. Dann leid dann die Rüstung weg und dann kannst du die abknallen ganz schmeidig. Alles klar, Mr. T. Ja. Steht bald. Tübi ist weg. Oh cool, komm hier unten. Boah, da schieß ich mal eine Granada rein. Steht bald eine Granada. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tüす auf! Oh, 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 oh. Tüs auf? Ich roh' unten drin. In ein... Oh! Und da unten sind die ganzen Zombies aufgetaucht. Aufgetaucht. Da kamen sicher die Schweine. Puh, die Seuche. Auf jeden Fall ist das nicht normal. Oh, Preacher. Warum sagt mir das keiner? Hätte ich doch viel mehr Chancen bei den anderen Wutzis dann. So, jetzt komme ich mit meinem Preacher. Mitten im Berlin. Reloaded. Motherfucker. Ne, ist hier. Okay, der eine Bunga ist nicht besetzt. Please besitzt die Bunga. Ja, ich werde hier mal kurz noch eine Mine hinschmeißen. Geht los. Ja, es geht los. Geht los. Geht los. Es ist so cool. Geht los. Geht los. oh geil alter was musst du mit dir tun? das ist ja voll viel durch ich schieße genau auf die drauf bei dir sind welche bloß auf alles kann ich nicht gucken tut mir leid aber mir kriegt das ja mit mit dem Alarm dass die Viecher da drin sind jo ich leg mal mit Minen hast ne gute Idee ein paar habe ich ja auch ha 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 die Minen die sind hier wohl schwach sind wieso? weil einer rennt in die erste Mine und dann sind die Minen weg ach bumm hallo Mutter Mutter nochmal mit dem Koks ist da ja mein Kind das weiß ich ja doch komm 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 ja ... ... ... Schöne, das habe ich schon. die preacher wird schon richtig weiter ok hier links meine breeches geil vorbeigeschissen was für blüter war wo Wohhhhhh! Hilf mich da! Das war dämlich, warum betrete ich denn auf die 6 Explodionen wieder hin? Sieh da recht! Die Breacher! Die Breacher hat mich gerettet! Ich liebe dieses Gewehr! Ich muss erst mal Mumpeln einsammeln! Mumpeln! Mumpeln! Treff Mumpeln! Ach, renn doch mal schneller jetzt hier! Mann! Neeeeet! Neeeeet! Los! Das wird mir grad nix mehr übrig! Ich habe einen Fertigmeister! Ich noch nicht! Macht alles leer hier! Was? Was? Du kein guter Mitspieler sein, junger Jedi! Hm! Ja, alles weggeschnappt! Also, ich müsste das Spiel Sniper League 3 noch haben, aber ich habe es jetzt noch nicht auf Platte gerade! Schimmer gucken! Womas wird noch nicht, äh, let's wait! Nein! Hast du es doch noch nicht und zweitens? Um! Ähm... Ich habe gerade nebenabgezogen! Und der Entfernung! Das wäre ja... Vielleicht wäre es so ein Projekt für uns beide! Irgendwie kommen die immer näher! Oh, komm, komm! Ich geh jetzt selber mal dahinter! Ich geh jetzt selber mal dahinter! Jetzt kommen wir nicht mehr! Dann nannte man auch die so in einem Vorfüge-Effekt! Die kommen wir mal näher! Mööööööö! ja 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 da geh ich mal dahinter guck mal hier guck mal hier hier hängt einer hier so ein dicker hängt hier unter den Ketten das hatte man auch Kopfschuss der war platt ja unterhalb auf jeden Fall der Schniedel war auf jeden Fall platt hihihi ah ja ganz klein Plattfuß im Krieg ja 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 das war ja alles leer so Atombombe Atombombe also ich glaube die lassen hier eine Atombombe hoch ich glaube die müssen irgendwann mal wieder weg Auf zum Atem. Ja, ja. So, mach mal hier. Nummer eins. Ach so. Mich steht das Dream, oh ja, ich mich. Nummer zwei. Bei mir läuft er. Ja, jetzt läuft der Nummer. Es läuft. So war. Den betritt die Festung. Das ist doch ein Knast. Die wollen uns ficken. Die Festung, die habe ich die ganze Zeit anguckt. Anguckt. Anguckt? Anguckt. Das ist doch, wie wir heute irgendwie Sprachfiele. Ach so, Sprachfiele. Pro. Alter, ich schwöre. Ach. Ich nehme langsam, ich nehme langsam Sprache von Mitmenschen an Alter. Herr Schwörter, Sprachfiele. Alter, das neue Deutsch-Alter. Du, Rassist. Nein. Ich habe bitte mit dem Ton. Was ist ja toll.